Willkommen zu einer neuen Session von Fallout 3. Wir sind hier noch, ja wie hieß das Ding eigentlich, bei LOB Enterprises, die eine gute Verteidigungsmannschaft haben. Ich ärgere mich gerade richtig, dass wir diese Plasma-Kanone nicht schon eher angesetzt haben. Hä? Ach, sind zwei Türen ins Archiv, okay. Oh, ich kann mich schon gar nicht mehr hieran so wirklich erinnern gerade. Was? Ich frage mich gerade, hat der uns verfolgt? Oder ist der runtergefallen? Okay, wer will als nächstes? Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Schaeinbar haben wir am wenigsten alle wachen hier alles. ist so gleich mal weg trinken den chance sieben quantum wo haben wir den ja ja Wir sind jetzt bei den meisten Werten wirklich schon weit beim Maximum. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen schleichen mit reinballern. So, haben wir jetzt hier irgendwie wieder was Neues? Keine Schwäche. Wenn Sie jetzt extra keine Schwäche benutzen, werden alle Special-Statistiken, die unter 5 liegen, sofort auf 5 erhöht. Leider weiß ich jetzt gar nicht, was wir an Special haben. Das wäre vielleicht noch interessant. Meisterhändler. Nehmen wir das erstmal, würde ich sagen. Okay. Oops. wir hier schon mal gehen schloss aufbringen 100 prozent cool warum genoß das jetzt hier ein archiv auf bis auf die erfahrungspunkte hat sich das jetzt nicht wirklich gelohnt hier so jetzt müssen wir noch mal gucken falls church da geht es also glaube ich wieder raus wir müssten noch mal in den ostflügel gucken noch ein vieh so jetzt haben wir wieder altmetall die umgebung darf man nicht aus den augen lassen das können wir schon vier punkte ok gehen und Wir waren hier noch gar nicht, ne? Bitte kein Altmetall. Gut. Gut. Weiter rennen wir mal. Wir müssten jetzt gleich in diese größere Halle kommen. Die Bundesbeamten sind hier. Gut. Hatten die hier illegale Machenschaften oder warum hatten die so Schiss vor den Bundesbeamten? Wir hätten vielleicht hochgehen sollen. Ich habe echt keinen Plan mehr, wo wir hier schon waren und wo nicht. Trick. Haben wir noch irgendwas, was wir wegsuppeln könnten? Wollen wir mal eine Quantum nehmen. Okay. Okay. Wie kommen wir denn bloß? Wie kommen wir denn bloß? Der hinten hin. Doch wieder nach unten. Okay. 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 Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und wo muss es doch doch ein Durchgang gehen? Verdammt. Am besten wir reisen erstmal zurück nach Megaton und verkaufen unseren Plunder. Was gibt's? Nee, hoffentlich kommt die Tante jetzt nicht wieder an den Doofen. So, Walter. Ich hoffe, wir haben etwas Altmetall für dich, nicht nur ein Stück. Das bringt uns nämlich sonst gar nichts. Was? In Ordnung. Lass sieben Stück, okay? So. Ich würde aber auch gerne ein bisschen was verkaufen. Oh. 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 Oh.